Herzlich willkommen beim Interalpin TV. Anlässlich der 20. Interalpin 2013 werden wir im Vorfeld auf dieser Plattform über interessante Themen berichten. Der Landeshauptmann von Tirol, Günter Platter, über die Bedeutung der Seilbahnwirtschaft und die Interalpinmesse sowie den dazugehörigen Kongress. Die Seilbahnwirtschaft ist sehr bedeutend für unser Tourismusland Tirol. Im Jahr werden in unserem Land Tirol rund 250 Millionen Euro in die Qualität für die verschiedenen Anlagen investiert und wir sehen immer wieder, dass gerade diese hohe Qualität bei den Seilbahnanlagen und auch bei den Pisten entscheidend dafür ist, dass wir uns als Tourismusland Tirol immer weiterentwickeln haben können. Deshalb freut es mich, dass zum 20. Mal dieser Kongress stattfindet in unserer Alpenhauptstadt in Innsbruck. Ich bin der Überzeugung, dass wir auch in Tirol deutlich auftreten können mit besonderen qualitativen Erzeugnissen im Bereich der Seilbahnwirtschaft und ich wünsche diesem Kongress alles Gute. Wir sind ein Unternehmen, das Innovationsführerschaft und Qualitätsführerschaft anstrebt und da braucht man natürlich einen Marktplatz, der weltweit die Anbieter zusammenbringt und daher hat die Interalpin für uns einen sehr sehr großen Stellenwert. Interalpin eigentlich nur einen Satz, lokal handeln und global denken und das ist die Zukunft und von ganz besonderer Bedeutung für Innsbruck und für die Interalpin, dass sie noch stärker versuchen weltweit global aktiv zu sein und entsprechend ausstelle und natürlich auch Besucher nach Innsbruck zu bringen. Wir sehen uns auf der Interalpin in Innsbruck. See you at the next Interalpin in Innsbruck.